servus leute heute mann schein ist da wie display in japanisch das machen wir auf und öffnen mal 123 booster gleich einmal glück dass ein paar schöne seltene karten kommen oder einfach nur ein paar traumartschöne kann ich sehen das kommt natürlich in den shorts nicht so auch nicht gut hier haben wir schon mal das ditto v max ist schon mal eine wunderschöne karte sieht super toll aus haben wir leider nur den karten trick falsch gemacht und hier haben wir diese special karte das ist einmal brauchen wir ja hier bei uns nicht wirklich die anderen karten noch fertig und dann haben wir noch das shiny mit shiny cool läuft doch nur nicht in die richtige reihenfolge gesetzt also wenn ich es richtig gesehen habe brauchen wir nur eine vor ist das richtig das gefällt mir das ist eine sehr schöne karte ich mag dieses rainbow mega cool jetzt tut gleich glück gleich ein trainer hat es schon bei drei booster päckchen würde ich jetzt einfach mal sagen vielleicht schade bei den shorts auch rein es gibt noch sieben weitere zu öffnen und ist auf jeden fall viel zu holen in diesen displays und von daher hoffe ich dass ihr wieder einschaltet und lasst mir mal ab und leichter ich wünsche euch alles gute tschau